Hallö hier Leute, willkommen bei Pannido Gaming und einer neuen App und zwar Wasserrutsche 3D oder Waterslide 3D. Mir wird hier ein Level 1, ja okay, alles klar. Mir wird hier ein realistisches Wasserrutschenspiel angepriesen. Ich bin sehr gespannt, drück einfach mal immer weiter bis es los geht. Jetzt geht's los. Okay Leute, dann wollen wir mal ab zur Wasserrutsche oder was? Zeig mal her. Oh, sie ist aus Glas, wie es aussieht. Und über den Dächern. Okay, tilt your phone. Okay, links und rechts. Alles klar. Und hier auf dem Wasser sind wir natürlich am schnellsten, schätze ich. Links und rechts, um die Münzen zu sammeln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe hier schon alles verpasst, hier die ganzen Power-Ups verpasst. Ich will nicht rausfliegen. Ich frage mich, ob man rausfliegt. Ja, ob man rausfliegen kann. Oh, da war schon wieder so ein Power-Up. Ich habe es verpasst. Bing, 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 bing. Da war schon wieder eins. Gibt es doch nicht. Speed hoch. Oh Gott. Wuhu, da ist eins. Oh, ich habe irgendwas bekommen, Leute. Endlich. Kombo. Was, was habe ich bekommen? Ich weiß es nicht. Da war ein, ein, die, äh, ein Ding ins Bombs. Oh, Vorsicht. Äh, void. Ja, wir müssen natürlich den Dingen ausweichen. Und hier ist was. Wieder nicht erwischt. Glaubt man es? Ich habe es ja nur so. Tab Button to change camera. Oh ja, das gefällt mir. Das ist gut. Ja, das ist besser hier. Das ist besser. Sehr gut. Hier kann man noch viel besser sehen. So, na jetzt wird das was. Jetzt sehe ich auch mal die Dinge hier. Was ist denn das? Ach so, jetzt muss ich hier links unten drücken. Bip. Was macht das? Okay, ich habe so einen Ball um mich rum, mit dem ich anscheinend unverwundbar werde oder so. Boom, jetzt haben wir wieder was. Wieder so einen Ball. Oh, oh. Leute, ich frage mich, ob man runterfallen kann. Das würde ich kein wissen. Ähm, ich rieche mal auf die Kamera. First Person, nein. Okay, es gibt nur die beiden. Alles klar, nehmen wir die. Oh, der lange Absprung. Would you like to rate us? Nein, danke. Okay, so, haben wir es geschafft? Ja, wir haben alles geschafft. Okay, nice. Ja, das macht Spaß. Ja, das macht Spaß, Freunde. Jetzt können wir mal weiterspielen. So, was gibt es hier? 50. Bip, irgendwas umsonst. Okay. Oh, Level 2. Warm-up. So, ich soll mal einen Blick in den Shop werfen. Okay. Was ist das hier? Ah, ein Schwimmring. Äh, ja. Ist doch immer der Macht, wa? Upgrade kann ich ihn auch noch. Und ausrüsten. Bip. Was macht er denn? Ich glaube, er ist fürs Handling da. Und für die Geschwindigkeit. Okay, cool. Next. Play. Alles klar. Das heißt, ich schwimme jetzt mit Ring. Oder wie? Und bin schneller unterwegs. Ah ja, da ist er tatsächlich. Nice. Okay, Feuer. Okay, los geht's. Los geht's. Diesmal will ich ein paar mehr Dinge einsammeln. Ich hab ja gar nichts. Oh, hier ist schon mal was. Hier ist schon mal was. Bip. Irgendwas. Oh, ich hab'n Panzer. Okay. Magnet. Magnet ist gut. Freunde, der sammelt alle Münzen ein in der Zeit. Das ist sehr gut. Sehr, sehr nice. Oh nein, da war schon wieder einer. Ah, verpasst. Oh, Ball. Okay. Was war denn? Leute. Oh, da war ein Eimer. Oh, wir sind ausreichend. Ausweichen. Was war denn mal mit euch? Ich kriege ja gar nichts. Da war ein Panzer wieder nicht erwischt. Auf jeden Fall brennen wir. Hier, hier kommt was. Hier brauchen wir was. Boom, mal zwei. Okay, cool. Ich weiß nicht, was mal zwei genommen wird. Wahrscheinlich die Münzen. Aber bin ich sicher. Hier kommt noch was hier rechts. Boom. Verpasst. Habe ich verpasst? Ich bin nicht sicher. Ich glaube schon. Münzen, 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 Münzen. Ich hätte Absprung. Nein. Boom. Speed. Acht. Oh, Leute. Oh, bin ich schnell. Okay. 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 Das. Oh. Oh, was ist das? Leute, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Geh weg. Geh weg. Ich sehe nichts. Aha, das war's. Okay. Also das Lila, ne? Sorgt für mehr Geschwindigkeit. Oh. Das mal zwei. Ist klar. Mal zwei. Oh, da ist der Absprung, Leute. Wuhu. 222 Kombo. Wow. Das scheint mir. Hier erscheint das ziemlich viel. 80er Kombo mussten wir noch schaffen. Und wir haben 222er Kombo. Ja, Bombe. Oder was? Bombe? Bombe. So. Äh. Gibt's irgendwas zu tun? Gibt's irgendwas? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wir machen einfach mal weiter. Machen wir das nächste Level noch. Und dann checken wir mal, ähm, den Shop. So. Next. Was müssen wir tun? Ankommen ist klar. Unter 150. 150 und 200 Punkte. Ähm. 200 Münzen einsammeln. Alles klar. Unter 150 200 Münzen einsammeln. Das sind unsere Aufgaben. Rechts oben stehen die Münzen. Ihr könnt immer mitprüfen. Besser als ich sogar, weil ich mich ja aus dem Spiel konzentrieren muss. Und los geht's. Wichtig sind ja die Power-Ups. Die müssen wir erwischen. Da ist schon irgendwas. Was ist das hier? Ein Eimer? Böp. Oh. Okay. Das ist kein gutes. Nicht gut, Leute. Nicht gut. Merken. Eimer. Nicht gut. Äh. Ich brauch Münzen. Yes. Oh. Wir sind da genau durchgerasselt. Kann das sein? Nein. Äh. Ich seh nix. Ich seh nix. Magnet ist super. Der nimmt alle Münzen mit. So. Jetzt haben wir die Kombo aktiviert. Am besten wir bleiben auch dabei. Wuhu. Oh. Magnet. 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 Ist super. Nimmt komplett alle Münzen auf der Bahn mit. Äh. Und wir dürfen nicht crashen. Im besten Fall. Brrrt. Äh. Ist aber schwer hier ein bisschen zu lenken. Meine Gott. Wir sind aber schnell unterwegs, Leute. Brrrt. Brrrt. Boah. Sind wir schnell unterwegs, Freunde? Oh. Slow down. Okay. Das ist nicht gut. Aha. Okay. Also ein Gru... Oh. Nein. Wir sind gecrasht. Oh. 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 Jetzt wird es eng, Leute. Wir müssen ja unter 1,50 ankommen, wa? Das wird eng. Oh. Was denn jetzt? Okay. Alles klar. Wir bräuchten mal was für... Oh nein. Da war ein paar mal ab. Wir bräuchten mal was für Geschwindigkeit. Oh Leute. Ich glaube, das schaffen wir gar nicht. Jetzt haben wir hier mal... Nein, nicht den Panzer. Aha. Nein, nicht den Panzer. Jetzt haben wir hier mal 2. Ah. Mist. Revive. Okay. Das haben wir vermasselt. Ähm. Was ist das hier? Nein, danke. Okay. Zweimal irgendwo gegenknallen. Nicht gut. Das funktioniert nicht. Wir dürfen nicht zweimal irgendwo gegenknallen. Einmal. Okay. Zweimal. Nein. Keine Eimer einsammeln. Keine grünen Panzer einsammeln. Beides schlecht. Rest. Bombe. Okay. Freunde, komm. Geh mal hin. Nochmal. Das macht auf jeden Fall Bock. Oh. Panzer. Nicht gut. Nicht gut. Freunde. Wenn ihr euch... Wenn ihr das auch spielen wollt. Gibt's umsonst. Im App Store. Play Store. Wie auch immer. Gibt's umsonst. Könnt ihr euch runterladen. Das ist sehr, sehr lustig. Versuchend euch. Okay. So. Also. Unter 1,50. Und. 200 Münzen. Aha. Da war ein Geschwindigkeitsding. Okay. Wir haben die Kombo an. Sehr gut. Was haben wir hier? Mal zwei. Oh. Da war ein Panzer. Okay. Komm. Jetzt brauchen wir viele Münzen hier. Wir haben mal zwei. Brrrt. Nicht gegen das Ding knallen. So. Kommt da was? Kommt da was? Ich sehe nix. Hier. Oh. Oh. Verpasst. Mist. Ah. Ist gar nicht so leicht hier mit der Lenkung. Nein. Oh. 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 Ich sehe nix. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Ah. Ah. Ah ja. Okay. Ich gehe weg. Wow. Leute. Wir haben gute Geschwindigkeit drauf. Richtig gute Geschwindigkeit drauf. 200 Münzen. Wir haben 174. Oh. Nein. Direkt auf dem Eimer gelandet. Na prima. Und ich sehe nix. Komm schon. Geh weg. Okay. So. Freunde. Wir haben die 200 Münzen. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch unter 1,50 ankommen. Und wir müssen überhaupt ankommen. Münzen. Münzen. Oh. Ich frage mich, ob ich über den Rand fliegen darf. Oder ob ich rausfliegen kann. So generell. Oh. Geschafft. 1,30. Perfekt. Ich glaube, wir haben alles erfüllt. Nein. Genau. 1,50. 200 Coins. Bombe. Böp. Lass uns mal in den Shop gucken. Ähm. Was ist das hier? Kann ich es kaufen? Erholen? Ja. Ach. Alle 5 Minuten gibt es ein paar Münzen. Ja. Cool. Okay. Lass uns mal in den Shop gucken. Sean. Aha. Hier gibt es noch andere Springer. Schaut mal hier. Äh. Schwimmer meine ich. Bubu. Aha. Ah ja. Und unten stehen die, ähm, die Fähigkeiten, die die können. Speed Handling und so weiter. Die ist ein bisschen besser, seht ihr? In der Stabilität. Jetzt wird es halt immer besser. Oh. Ping. Was ist denn das? Ein Kühlschrank? Ich kann mal im Kühlschrank fahren. Oh. Okay. Gold Man. Wie viel Kohle haben wir denn? 1.100. Die kostet... 3.000? Okay. Das ist mein Schwimmring. Der gibt Stability. Was gibt es denn noch? Ein Surfbrett. Für 2.000. Das ist nur für Speed jeweils. Das ist alles nur für Speed hier. Offener Muschel. Oh mein Gott. Das ist ja cool, wa? Cool. Echt? Nice. Was ist das hier? Demon Wings? Wofür ist das denn? Das rüstet sich wahrscheinlich einfach nur aus. Das ist aber viel zu teuer. Das kostet alles 10.000. Magnet. Hm. Improved Speed für 3 Sekunden. Okay. Das ist nur einmalig. Ich würde sagen, Freunde. Wir sparen auf die neuen Schwimmer. 3.000. Ist in allem ein bisschen besser. Weniger Stabilität. Aber mehr Speed. Mehr Handling. Ja. Ja, wir sparen mal auf Bobo hier. Den neuen Schwimmer. Und ich sehe oben gerade, wir sind gerade auf Challenge, ne? Ganz normal. Hier. Hier gibt es auch noch Special. Endless. Long Journey. Special Level. Coins, Coins, Coins. Uh, das klingt gut. Was? Wir können da noch nicht rein. Okay. Zwischen 12 und 13 Uhr können wir da rein. Okay. Es ist bei mir gleich um 12. Dann machen wir das mal gleich in einer Viertelstunde. Machen wir mal das Level hier. Nice. Okay. Dann machen wir erstmal hier weiter. Level 4. Ähm. Das ist unser Schwimmer mit unserem Reifen. Joa. Das passt. Okay. Weiter geht's. In unter 1,45. Finish Level bei Bobo. Oh, das ist der neue Schwimmer, Bobo. Das heißt, wir können das, die drei Sterne gar nicht bekommen. Mit dem Schwimmer. Oder Rutscher. Weil wir Bobo brauchen. Das ist diese Frau. Die kostet 3000 Münzen. Wir haben jetzt 1100 oder so. Also, wir müssen noch ordentlich Münzen sammeln, damit wir den zweiten Springer, äh, Schwimmer, wie auch immer, Rutscher freikriegen. Oh, 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 nein, wir brauchen Münzen, 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 Münzen. Viele Münzen, viele Münzen. Mal zwei wäre auch gut. Oh, was ist das? Reverse. Ah, okay. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Okay, rüber. Woo. Hoppa. Oh, 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 okay. Hoppa. Komm, ich brauche hier. Oh, Magnet ist gut. Magnet ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Gib mir alle Münzen. Alle, alle Münzen. Hoppa. Oh, weg, 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 weg. Zack, zack. Hier mal, ey, Magnet. Sehr gut, sehr gut. Münzen, 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 Münzen. Rrrt. Yep. Yep. Nice. Mal 136. Wuhu. Das pinke da war Geschwindigkeit übrigens. Wenn ich es denn erwischt hätte, wären wir schneller. Oh, Münzen, 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 Münzen. Alles, meins, alles, meins. Geil, geil, geil. Meins, meins, hier drüben, meins. Rüber. Oh, so schnell kommt der da nicht rüber. Echt. Das ist ganz schön hart. Mal zwei, verpasst. Toll, toll, oder toll. Das beste Item hier. Mal zwei, weißt du? Verpasster. Klasse. Oh, ich bleib mal einfach hier links. Hier gibt es viele Münzen, oder was? Oh, das war knapp. Okay, jetzt rüber. Da ist ein Hindernis. Oh, Gott. Oh, Gott, ich komme nicht in die Mitte. Komm. Oh, yeah, yeah. Das war das Lian. Habt ihr gesehen? Jetzt bin ich super schnell. Das nicht gerade gut ist für die Steuerung. Uh, okay. Harte Runde, Leute. Harte Runde. Ah, wir haben es gut durchgezockt. Wir haben 270 Münzen oder so bekommen. Tja, alles geschafft, außer das Level von Bobo zu absolvieren. Denn das können wir leider noch nicht. Wir brauchen Bobo dafür. Wir haben jetzt 1400 Münzen. Bobo kostet 3000. Meine Herren. 3000 kostet das. Aber es gibt viele, viele Level. Nice. Schaut es euch an. Wahnsinn. Geil. Das gefällt mir. Viele, 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 viele Level. Sehr gut. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Hier. Danach kommen wir schon in eine neue Welt, sehe ich gerade. Alles ist ja gerade in der Stadt quasi, ne? Über den Dächern und so. Hochhäuser. Danach gibt es schon eine neue Welt. Achso, next. Genau. Ähm. Unter 1,50 und 1 Speed Up. Okay, wir müssen ein so ein lilanes Ding erwischen. Damit wir die Aufgabe erfüllen. Hier das hier rechts unten, dieses lilanes Ding. Das müssen wir erwischen. Und Feuer. Oh, 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 oh. Okay, hier kommt erstmal nichts. Erstmal ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Los geht's. Mütz, 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 mütz. Oh, da war schon so ein Ding. Oh, ich hab's verpasst. Okay, da komm ich nicht hoch. Da, ah, da war eins. Ich bin ja quasi dran vorbei. Oh, oh, oh. Oh, das war, oh, das war eng, Leute. Das war eng. Eimer, nicht gut. Und schwarzer Eimer ist nicht gut. Oh, 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 oh. Ich komm nicht mehr runter. Ich komm nicht runter, Leute. Die Kurve ist zu heftig. Die drückt mich förmlich nach außen. Wahnsinn. Was ist denn das hier? Magnet? Ja, sehr gut. Ich brauche einen Speedup. Komm schon. Ein so ein lilanes Ding brauchen wir. Ein lilanes Ding, Leute. Gib mir so ein lilanes Ding. Komm schon. Oh, oh. Ein lilanes, mein Gott. Könnte es doch wohl drin sein hier. Oder was? Es kommt keins. Es kommt nicht, Leute. Was soll ich tun? Es kommt kein lilanes Ding. Na, das ist nun genau das Gegenteil davon. Okay, mal zwei. Das ist schon mal super. Das ist böse. Mal zwei. Okay, gut. Sehr gut. Viele Münzen sind auch gut. Auf jeden Fall. Sprung. Komm schon. Gib mir jetzt so ein lilanes Teil, Mann. Gibt es doch wohl nicht. Das da? Nein. Ähnlich. Es war auch lila. Geh, ich habe es nicht geschafft. Das haben wir jetzt nicht geschafft. Mist. Was ist das hier? Nee, weg. Nicht geschafft. Ein Speedup. Haben wir echt nicht bekommen. Das gibt es doch gar nicht. Sag mal nochmal. Leute, das lasse ich nicht mit mir machen. Ich will ja meine drei Sterne haben. Das ist machbar. Los. Next. Ein Speedup. Komm jetzt. Ein solides blödes Ding. Wir haben ja wohl erwischen. Wir müssen ja mal nur darauf konzentrieren. Und Münzen. Und. Boom. So. Achtung. 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 Ich brauche ein lilanes Speedup. Ist da was? Ne. Doch. Da war es. Boom. Leute. Haben wir es schon. Oh. Oh. Oh Gott. Alles was schlecht ist hier. Oh Gott. Okay. Okay. Wir sind wieder da. Ah. 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 Oh. Wir haben dran geknabbert. Mal zwei. Sehr gut. Gib mir ein paar Münzen. Die zählen mal zwei. Oh. 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 Ich komme nicht mehr in die Mitte. Ah. Wow. Hui. Heftig. Heftig. Da drückt es dich völlig förmlich nach außen. Oh nein. Da waren mal zwei. Könnten wir gebrauchen. Leute. Wir brauchen 3000 Münzen. für den zweiten Springer. Juh. 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 Was ist das hier? Magnet? Yes. Magnet ist Bombe. Juh. Oh. Da wäre noch einer gewesen. Na ja gut. Zack. Zack. Runter. Hier hoch. Böp. Haben wir erwischt. Ich bin nicht sicher. Zack. Oh. Oh. Ja. Die ganze, ganze schöne Reihe. Nein. Nicht das Ding. Nicht das Ding. Noch ein Speeder. Na gucke doch. Jetzt haben wir sogar zwei erwischt. Oh. Oh. Leute. Dadurch ist jetzt natürlich die Kombo weggegangen. Jetzt starten wir wieder bei null mit der Kombo. Mal zwölf. Ja. Wieder bei null gestartet. Schade. Aber gut. Ist ja eh gleich da. Aber 176 Münzen erst. Na ja. Okay. Geht auf jeden Fall besser. Noch ein Speeder. Sag mal. Jetzt haben wir schon drei erwischt. Herrlich. Ich brauchte ein. Hab drei. Na ja gut. Hauptsache wir haben es. Hauptsache wir haben es. So. Immer diese Werbung dazwischen. War das nervt Leute. Böp. Böp. Was? Hä? Use one speed up? Wie jetzt? Leute? Warum ging es nicht? Was ist das denn? Ein speed up nutzen. Muss ich das hier kaufen? Okay. Ich kaufe das jetzt. Für hundert. Ich habe das jetzt mal gekauft. Für hundert Münzen. Ah ja. Wir haben das jetzt hier. Jetzt müssen wir es quasi nutzen. Ah. Okay. Sie verdammen mich dazu. Das zu kaufen. Damit ich es benutzen kann. Böp. Nutzen wir es einfach mal. Zack. Jetzt müsste es aber eigentlich geklappt haben. Jetzt müsste es geklappt haben. Oder? Oh hier mal zwei. Sehr gut. Jetzt brauche ich natürlich ein paar Münzen. Yes. Okay. Das war gut. Das war gut. Uh. Wow. 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 Okay. Oh. Jetzt kleben wir wieder am Rand hier. Jetzt komme ich nicht mehr runter. Oh Gott ey. Ich komme hier nicht runter Leute. In dieser fetten Kurve. Brrrt. Brrrt. Kann hier durch. Oh ja. Magnet ist sehr gut. Magnet ist sehr sehr gut. Schöne viele Münzen. Münzen. Zip. 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 Münzen. 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 Weg. 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 Jetzt haben wir definitiv ein Spieler benutzt. Knäht. Nice. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Alles nochmal wieder. Nice. Können wir durch beide Reihen Münzen durchfahren? Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, ob das geht, wenn wir jetzt hier genau in der Mitte durchfahren. Ich bin nicht sicher, ob der beide Reihen mitnimmt. Oder ob ich mich für ein... Ah Mist. Oder ob ich mich für eine Seite... Oh. ...entscheiden muss. Äh. Wuhu. Okay, ich habe das Gefühl, wir haben recht viele Münzen mitgenommen schon, wa? Kommt mir so vor. 210. Ah ja. Wollen wir eine 200er Combo. Nice. Brrrt. Hier. Können wir hier durch... Oh nein. Oh Gott. Oh, wir haben gerade am Ende noch einen Diamanten gefunden. Habt ihr gesehen? Wir sind durch einen Diamanten geknallt. Das gefällt mir. Ah. Boom. Da ist das Ding. Use 1 Speed Up. Okay. Wir haben es geschafft, Leute. Endlich. Endlich. So. Ich sehe hier unten gerade so einen Pokal. Was gibt es hier? Hier sind meine Errungenschaften. Oh. Die haben wir alle erreicht. Das können wir alles einsammeln, glaube ich. Oh yeah. Oh. 500. Nice. Nochmal. Und nochmal. Okay. Geil. Hier können wir schön vier... Oh. Geht's noch weiter. Ah. Das haben wir alles noch nicht. Ja. Sehr gut. Hier können wir schön Sachen farmen. Oh Bombe. Okay. Gut, dass ich geguckt habe. So. Wir haben... Oh. Wir haben 3600, Leute. Wir können den neuen Springer kaufen. So. Und zwar Bobo. Das ist gar keine Frau, sehe ich gerade. Einfach nur Bobo. Ein Sunnyboy. Okay. Der ist schneller als der Erste. Eine bessere Lenkung. Besseres Handling. Ein bisschen weniger Stabilität. Aber boom. Wir kaufen den auf jeden Fall. Ausrüsten. So. Jetzt haben wir Bobo. Hier. Das nächstbeste... Äh. Nächstbeste, aber meine ich. Wäre das Surfbrett für 2000. Da müssen wir wieder ordentlich sausen. Okay. Erstmal können wir das Level abschließen. Mit drei Sterne. Indem wir das mit Bobo schaffen. Also mit dem, den wir jetzt haben. Da machen wir hier erstmal drei Sterne draus. Da ist er. Oh. Das ist ein bisschen kleiner, wa? Da brauchen wir schneller vielleicht. Oder ich weiß auch nicht. Na egal. Auf jeden Fall nehmen wir den. Wenn wir mal das abschließen. Unter einer Minute 45. Haben wir hier also auch drei Sterne. Das... Oh Mist. Oh. Oh. Ich sehe einen. Gar nichts. Okay. Hier sind wir. Oh. Oh. Ich komme nicht rüber da. Ne. Ich komme denn. Oh. Gott. Na klasse. Na klasse. Geht da super los. Herr Bobo. Ich sehe gerade Bobo rutscht da gar nicht. Auf meinem... Auf meinem... Ähm... Oh. Bobo rutscht da gar nicht auf... Auf meiner komischen... Auf meinem Ring. Auf meiner Ente. Der rutscht hier einfach nur auf sich selbst. Warum das denn? Warum ist denn die Ente nicht ausgerüstet? Das müssen wir gleich nochmal checken, Leute. Der rutscht hier nur auf seinem Hosenboden. Quasi. Hüpp. Mal zwei. Münzen, 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 Münzen. Wir sind mal zwei. Hä? Schup. Wuhu. Mann, wie schnell. Ei, 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 ei. Da war ein Eimer. Da klingelt es, Leute. Es klingelt in der Kasse. Brrr. Slow down. Okay. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, ehrlich gesagt. Weil wir jetzt gestürzt sind. Das kostet viel, viel Zeit. Aber wir müssen ja auch das Level nur noch mit Bobo abschließen, glaube ich. Die anderen Aufgaben sind schon erfüllt. Wenn ich mich nicht täusche. Und wir können leider nicht durch die zwei Münzen hier hindurchfahren. Durch die Gänge. Wir müssen uns wirklich für eine Seite entscheiden. Beide zusammen nimmt er nicht mit, wie ich das gerade gesehen habe. Okay. Aber das müsste es jetzt sein. Boom. Jawohl. Drei Sterne, Freunde. So sieht es aus. Okay. Wir haben die ersten fünf Level erfolgreich mit drei Sternen abgeschlossen. Hier gibt es noch mal 150 Münzen umsonst. Zack. Okay. Sud. Äh, Sud. Super und gut. Collect to Characters. Oh, 1000 Münzen. Okay. Nice. Danke. Gibt es noch was? Nein. Okay. Super. Dann los geht es in der neuen Welt. Hier ist Bobo. Und er hat auch den Ring. Ach, dann ist er so klein. Ah. Okay. Wir müssen... Was? 100.000 Score schaffen? 100.000? Das wirkt mir gerade ein bisschen übertrieben. 100.000? Okay, Leute. Schaut mal hier. Komplett neue Welt. Nice. Komplett neue Rutsche, wa? Und der hat ja tatsächlich seinen Schwimmring. Ich habe das gar nicht gesehen gerade. War der gerade da? Bin ich blöd oder was? Nee. Vielleicht bin ich doch blöd. Gut. Äh, jedenfalls. Los geht's, Leute. 100.000? Was ist denn das für eine Zahl? Die ist ja völlig übertrieben, oder? Kommt mir völlig übertrieben vor. Sag mal. 100.000, ey. Was ist das denn? Oh, na prima. Na prima. Na prima. Ich seh' nix. Ah. Ja, toll. Toll. Ich seh' halt nix. Was soll ich machen? Oh, zwei Speedups. Oh, mal zwei. Jetzt brauch ich Münzen. Münzen, 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 Münzen. Komm. Yes. Naja, ein paar, wa? Nicht so erfolgreich, aber ein paar erwischt. So, wie viel Score haben wir denn? 26.000. Ich mein, gut. Es geht. Es geht wahrscheinlich. 100.000 klang erst mal so viel, aber... Ich schätze mal, es... Oh. Ich schätze... Oh, ich komm nicht runter. Ich schätze mal, es geht. Nein, nicht den... Ah, Mist. Wenn wir diese... Oh. Oh. Okay. Gut, jetzt hat sich die Frage auch beantwortet, ob wir seitlich runterfallen können. Wir können. Gut, machen wir nochmal. Es war eh nicht so gut, die Runde. Einmal gestorzt. Kein guter Anfang. Kein guter Anfang. Los geht's, Bobo. Wir machen das. Wir machen das. Komm, wir. Los geht's. Okay. 100.000. Na gut. Mal schauen. Da ist schon ein Hindernis. Yes. Das ist gut hier. Magnet. Magnet ist Bombe. Oh, schon gut Münzen. Ihr sammelt hier gerade am Anfang. Brrrr. Magnet. Nice. Okay, die Runde läuft schon mal deutlich besser, finde ich. Oh nein, oh nein, ich bin so doof, ich hab's gesehen. Warum bin ich dagegen geknallt? Okay, Freunde, wir sind mal zwei Modus. Nein, 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 nicht das Ding. Wir sind mal zwei. Münzen 10 doppelt. Schätze ich. Brrrr. Oh, Hindernis. Magnet. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, da ist der Magnet genau vor dem Hindernis, ne? Oh nein, die Runde war so gut. Die Runde war so gut. Aber die Coins bekommen wir trotzdem. Na, immerhin. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Dass die nicht verloren sind. Das ist okay. Sehr gut. Hat das Spiel ein bisschen mitgedacht. Das wär sonst super nervig, Leute. Okay, komm. Ist sie irgendwie schwerer, die Rutsche? Kann das sein? Warum krieg ich das jetzt hier nicht gebacken? Da ist schon wieder... Also. Das gibt's doch gar nicht. Schon wieder dagegen geknallt. Das ist auch nicht gerade... Naja, gut. Ich reg mich gar nicht auf, hier. Das schaffen wir. Oh, schneller. Ich bin nicht so sicher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin nicht so sicher, ob das gut ist. Ich bleibe einfach mal genau in der Mitte. Da kann mir am wenigsten passieren. Was die Hindernisse angeht. Oh, oh mein Gott. Noch ein... Oh, gut, gut, gut. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Können wir mal wieder hochgehen, bitte mit der Kamera? Das gibt's doch gar nicht, sag mal. Leute, Leute. Ich war in der Mitte. Jetzt reicht's mir aber, dass ich das jetzt hier nicht schaffe, oder was? Mann, ey. Okay, Recover all physical points. Wie jetzt? Was ist los jetzt hier? Lass uns mal in den Shop gucken, oder was? Was ist los jetzt hier? Geht's nicht weiter? Was ist los? Hä? Okay, wir können uns, glaube ich, das neue Surfbrett leisten. Kostet 2000. Ist ein bisschen schneller als die Ente. Ein bisschen. Das nächste kostet 8000. Oh, nee, dann nimm mal das Surfbrett, wa? Komm, wir können uns das Surfbrett. Und grade es einmal ab. Oh, das sieht schon nice aus. Oh, oh, okay. Okay. Ähm, nächste würde kosten 12.000. Okay, da müssen wir mal ein bisschen drauf hinsparen. Das schaffen wir jetzt noch nicht. Equipped. Okay. Ähm, back. Oh, wir haben noch ein Errungenschaft. Fünf Diamanten gibt's für uns. Sehr gut. Und Special. Ah, ja, Leute. Stimmt, um 12. Es ist um 12. Okay, wir machen danach mal ein schönes Goldlevel. So, wir haben ja ein paar Sachen, die wir machen können. Und zwar haben wir einmal irgendeine Errungenschaft. Hier. 500 Gold. Danke. Dann haben wir Special. Genau. Von 12 bis 13 Uhr. Und das sind wir jetzt gerade dazwischen. Das kommt kurz nach 12 bei mir. Können wir hier Special Level machen, wo es anscheinend viele, 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 viele Münzen gibt. Und, äh, darum werde ich hier jetzt auch mal in zwei Magneten investieren. Denn die saugen ja komplett alle Münzen an, was uns hier nur helfen kann. Darum, Freunde, lasst uns ordentlich Münzen sammeln. Ich bin hier gespannt. Hoffentlich gibt's ja richtig fett, äh, Knete, Freunde. Sehr, sehr nice. Alles klar, ich bin echt gespannt, wie viel Kohlen wir jetzt hier kriegen. Los, Gates. Ich weiß gar nicht genau, was der Unterschied sein soll. Okay, ich schau mal direkt den ersten Magneten an. Komm. Viele, viele Münzen. Oh, yeah. Oh, yeah. Ganz lange rein. Okay, boah, Leute. Nice. Echt lange rein hier am Start. Magnet. Oh, ich hätte mehr kaufen sollen. Ohne Witz. Nein, fall doch nicht runter. Fall doch nicht runter. Nein. Okay, ich meine, die Münzen haben wir trotzdem bekommen, hoffe ich. Äh, weg. Wir haben 100 ausgegeben und 117 bekommen, okay. Ah. Was? Was? Schaut ab. Ach, man kann es nur einmal machen. Ah, nein. Okay, das heißt, wir haben jetzt im Endeffekt nur 17 Münzen bekommen, da wir 100 für die Magneten ausgegeben haben. Ah, egal. Okay, wir machen dieses Level hier nochmal. Das haben wir noch immer nicht geschafft. Letztes Mal nur, nur verloren in diesem Level hier. Das erste Level der neuen Rutsche. Viel zu hart. Viel zu hart für mich. Na gut, komm, das schaffen wir. Das kriegen wir hin. Diese Hindernisse, Freunde, die sind hier heftig. Hier rechts ist eins, sehe ich gerade. Die sind heftig hier. Die stehen... Oh, na, klasse. Das ist nicht gerade gut, sage ich mal. Wo sind wir? Hier sind wir. Okay. Rüber, rüber, rüber. Oh, da ist ein Hindernis. Vorsicht. Ne, war doch keins. Ah, ich bin ein bisschen vorsichtiger jetzt. Oh, keine Münze erwischt. Da ist eins. Da müssen wir echt ausweichen, Leute. Oh, oh, oh. Okay. Ich kann nicht lenken. Doch, jetzt. Zack. Geschwindigkeit. 100.000 Punkte brauchen wir, Freunde. Oh, das Hindernis. Das steht bis in die Rutsche rein. Das ist doch wohl nicht wahr. Das ist der Hammer. Ohne Witz. Das steht so tief in die Bahn rein. Oh, Gott. Oh, zieh runter, mein Freund. Yes. Oh. Oh, ist das Level schwer. Das gibt's doch wohl gar nicht. Mann, ey. Das gibt's doch wohl gar nicht. Wie schwer ist denn das Level? Meine Herren, ich schaff das Level nicht. Glaubt man's? Ich schaff's nicht. Ich will weitermachen. Jetzt reiß dich zusammen, Otto und Bobo. Reiß dich zusammen, Junge. Okay. Direkt mal gegen Hindernisse knallt. Prima. Prima. Okay, wir haben nur noch eins offen. Wenn ich noch ein Hindernis mitnehme, war's das schon wieder hier. Und ich werde bestimmt eins mitnehmen, da die ziemlich blöd liegen, diese Hindernisse. Okay, unverhundbar, das kann nur helfen. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Die Kamera, ich kann ja nun mal gar nichts sehen. Wenn die Hindernis kommt, kann ich einfach nur gegen düsen, echt. Ist da eins? Nein, mal zwei. Sehr... Oh, da war eins und ich bin nicht gegengefahren. Aber das ist sehr, sehr knapp. Das war echt knapp. Ah! Bitte, Level, sei vorbei, schnell. Ich will's schaffen. Ich will's nur nicht über den Rand knallen. Ah, nein. Okay, wir leben noch. Nein. Oh, Speed, das ist nicht so gut. Ich bin... Ah, und da ist es passiert, Leute. Okay, ich revive mich jetzt für zwei, das ist mir zu blöd. Fällt sich nochmal von vorne an. Wir brauchen auch noch 100.000 Punkte, wir haben 82.000. Und jetzt fangen wir mal bei eins an mit der Kommuna, prima. Wie sollen das, was sollen das werden? Mal zwei, okay, das kann, das hilft. Das ist hilfreich. Vorsicht, Hindernis. Ich seh's. Was ist das hier? Oh, ein Diamant, nice. Freunde, da haben wir 100.000. Yes, wir haben 100.000, tatsächlich. Okay, jetzt muss ich nur noch ankommen. Bitte, Bobo, komm an. Ja. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Leute, ihr habt's geschafft. Das ist ja der Hammer. Oh, mein Herz klopft, ihr glaubt es nicht. Was für eine schwere Strecke. Ohne Witz. Ohne Witz. Was für eine schwere Strecke. Hui. Okay. Level 7. Los geht's. Nochmal diese blöde Strecke. Gut, ist es, schön ist es nicht. Also unter 1,45 und 200.000 Punkte. Pff. Ist ja nix. Ach, ist ja nix. 200.000. Alles klar, ey. Die wollen mich doch veräppeln hier. Und nochmal diese schwere Rutsche. Na, prima. Und ich sag mal, es wird nicht leichter, wa? Es wird nicht leichter. Im Laufe der Zeit. Oh. Oh, 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 oh. Oh, die komplette Reihe verpasst. Prima. Nein. Äh. Bing. Bling, bling, bling. Da rappelt's in der Kiste. Äh, in der Kasse. Ne, es rappelt in der Kasse. Ne, das macht keinen Sinn. Es rappelt in der Kiste oder es klappert in der Kasse. Ne, es klappert? Mensch, wie heißt denn das? Ach, das ist doch schön. Ja, egal. So, äh, wir haben halt zwei jedenfalls. Böp. Wow, wow, wow. Leute, ich bin relativ schnell. Wieder mal zwei. Jetzt sind Münzen sehr gut. Äh. Nicht über den Rand, Junge. Nicht über den Rand. Ah. Oh Gott, mal schnell. Okay, ich revive mich. Keine Lust, das hier ständig neu zu machen, wa? Ich revive lieber. Okay. Ah, da ist die Kombo wieder weg. Dann ist es relativ schwierig. Äh. 200.000 zu schaffen. Aber gut. Was willst du machen? Was willst du machen? Außer gegen Hindernis knallen. Okay, so. Jetzt sind wir mal wieder auf Kurs hier. Und verwundbar. Oh. Was Neues. Mal was Gutes für uns. Münzen, Münzen, Münzen. Fall da nicht runter, Junge. Fall doch da nicht runter. Hindernis. Ausgewichen. Ausgewichen. Mal zwei. Leute, 200.000, wa? Oh, oh. Innernis. Nein, 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 nein. Hui, das war knapp. Also so Magneten wäre schon mal nicht schlecht, ne? Oh, Mist. Oh, Mist. Oh, oh. Wow, 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 wow. Okay. Wir haben lange nicht 200.000 geschafft. Oh, mein Gott. Wow, wow, wow. Also wir haben ja 200.000 schon, Leute. Kann man 80.000 geschafft, wa? Okay, okay. Wir machen einfach weiter. Jetzt egal die drei Sterne, weil danach kommt das neue Level. Äh, eine neue Welt, meine ich. Oh, wir müssen zwei Magneten benutzen, habe ich gerade gelesen. Wir haben keinen. Okay, das heißt, wir können hier schon mal auch nicht drei Sterne schaffen. Äh, was müssen wir denn noch machen? Ich habe gar nicht gelesen. Ankommen ist klar. In irgendeiner Zeit habe ich leider nicht gesehen. Zwei Magneten benutzen. Okay. Oh. Oh, das ist nicht gut. Uh. Oh. Okay, das ist ein Magnet. Aber der zählt nicht, denn wir müssen den kaufen. Boom, Hindernis. Klasse. Super. Kombo wieder von vorn. Prima. Was? Was? Was ist denn hier los? Was ist das denn? Okay. Alles klar. Eine neue Schweinerei hier. Okay. Hoppa. Ah. Alter, da nicht runter, Junge. Was soll denn das? Oh. Das bringt dir doch nichts, Junge. Komm schon an, komm in die Mitte. Besser. Oh, 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 oh. Das war's. Nee. Ah, tap. Tap. Ich springe auf den Blättern. Warum? Aber weiter geht's. Wir haben nur eine 79er Kombo. Oh, Magnet. Und ein Hindernis. Blödes Hindernis, ey. Okay. Ähm, joa, wir haben ja das. Hä, sag mal, wir haben das Surfbott ja gar nicht. Oh, ich Idiot. Wir haben ja das Surfbott gar nicht equipt. Natürlich nehmen wir das mit. Ist ja klar. Okay, wir werden die ganze Zeit doof gewesen. Äh, schlechter unterwegs, als es sein müsste. Okay, nochmal diesen blöden Wasserfall. Wir sollen zwei Magneten benutzen. Das heißt, wir müssen zwei Magneten kaufen. Und dann los. Genau, zwei Magneten und unter 1,35 abschließen. Gut. Los geht's. Wenn wir jetzt natürlich versagen, haben wir die zwei Magneten völlig umsonst gekauft. 100 Gold rausgeschmissen. Aber gut, du musst es halt probieren. Und ich werde den ersten auch gleich anschmeißen, glaube ich. Wenn wir hier in Range sind. Hier. Oh ja, direkt mit mal zwei. Das kommt gut. Boom, direkt gegen das erste Hindernis. Oh Mann, ey. Das ist ein Müll, echt. Dass die so, die siegen so schlecht, die Hindernisse. Die kann man, also das ist richtig schwer, aber ohne Witz. Guckt mal bitte, wie weit die in die Bahn reingehen, ne? Das ist so krass. Oh, okay, sind wir wieder hier. Das ist so krass. Die gehen so weit in die Bahn rein. Bis über die Mitte. Da muss man komplett am Rand lang fliegen. Äh, äh, ähm. Wisst schon. Äh, schon, äh. Hier schon wieder. Wisst ihr das Ding? Wie weit das drin ist? Wie sind die Bahn? Das ist... Nö. Fall nicht raus, Junge. Fall nicht raus. Uuuuh. Okay. Wir leben noch. Okay. Wir haben beide Magneten benutzt. Also die Aufgabe haben wir schon mal geschafft. Jetzt müssen wir noch unter 1,35 ankommen. Überhaupt ankommen. Das ist wichtig. Überhaupt ankommen. Das muss man erstmal schaffen. Das ist schon mal ein Ding. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. bin ich schnell unterwegs ich würde mich hier langsam unterwegs sein muss ich sagen wobei 135 naja gut wann das dafür ein eimer und ich habe so angst vorm hindernis leute münzen 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 meins hindernis hindernis ich achte hart auf hindernisse ich darf keins mehr mitnehmen freunde sonst war es das für die runde da ist eins oder singen war das eng oder was mal das ist ein dingsbums ball da ist es da ist es ziel okay wir haben es geschafft ich weiß nicht ob wir alles geschafft haben hier nee aber nicht unter 134 143 okay ist nicht so schlimm ist nicht so schlimm wir haben es geschafft und können ins nächste level hier pyramide das doch gut ja das ist gut lass uns pyramide schwimmen was brauchen wir unter zwei minuten das heißt die strecke sehr lang und 200.000 alles klar so neue rutsche freunde jetzt heißt es erstmal an die neue rutsche gewöhnen und los geht's pyramiden rutschen alles klar oder geht es direkt oh leute pass auf da geht es direkt rein in die pyramide wie es aussieht ok sind wir drin alles klar okay wir brauchen echt mehr münzen dann schaffen wir diese 200.000 nicht wir brauchen mehr münzen ich verpasse zu viele und hindern ist natürlich wir über die komplette bahn einfach das ist doch ein witz einfach über die komplette bahn oder was ich will mich doch rollen hier oh magnet das ist gut den bräuchten wir echt mal öfter den bräuchten wir wirklich öfter wenn ich über diese 200.000 schaffen sollen wir brauchen eine riesen kombo das bedeutet wir dürfen nicht stürzen und die combo weg stürze aber erstaunlich oft weil man weil diese blöden hindernisse da das ist so man diese blöden hindernisse die sind so übel warum sind die da so krass bis in die mitte der strecke also das ist echt man da könnte ich mich aufregen aber ich lass es ich probiere es einfach zu lassen können wir schaffen ist ich brauche eine große kombo müssen viel viel schaffen ohne zu stürzen damit wir große kombo aufbauen mal zwei das ist schon mal super und dadurch viele viele punkte kriegen die 200.000 schaffen also ich weiß nicht wie wir 200.000 schafft mal ganz ehrlich okay magnete super ja ihr wisst ja wie ich bei so einem run spielen irgendwann werde ich sauer ja irgendwann werde ich sauer wenn wir immer die gleiche gleich ein kram wieder machen müssen und vor allem wenn es immer am gleichen scheitert da werde ich ja richtig sack ich irgendwann ohne witz da platzen wir irgendwann die hutschnur wie man so schön sagt boom direkt mal klasse ja klasse super ist das nicht prima ja prima ist ja eine tolle runde gewesen oder tolle runde super weg nein nochmal da muss man für gemacht sein war aber gut kommen wir kriegen das hier backen wo ist mein power up ist ein eimer prima ja magnet ja ich runter digger von runter okay wir leben noch wir leben noch eure geschwindigkeit ich weiß nicht ob das so gut ist muss ich sagen magnet ist gut magnet ist gut geschwindigkeit nicht so wo hindernis freunde wir haben tatsächlich ein hindernis um kauft sagt er jetzt komm runter komm mir nie mit der kumpel aber wir müssen ein bisschen riskant auch sein weil wir die ganzen münzen brauchen das gibt es nicht das gibt es doch nicht weil wir mich jetzt ist mir egal wir starten jetzt zwar mit einer wieder mal 0 kombo was bedeutet wir werden die 200.000 vermutlich nicht schaffen aber es wäre schön wenn wir das überhaupt schaffen warum dickes hindernis okay magnet ich sehe halt so gut wie nix hier bling 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 münzen 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 was ist das mal zwei sehr gut komm ich brauche münzen wir haben nochmal zwei okay hier ist eine schöne reihe hier ist das ein ball ah ja das ist gut da bin ich unverwundbar mit das passt können wir es schaffen ah hindernis okay äh nein 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 fall da nicht runter hindern ne ich mach hier weiter ich hab's jetzt fast geschafft vergiss es gönne ich mir das paar diamanten da ist mir egal ich schaff das level jetzt verdammt nochmal okay das ist ende leute das ist ende in unter zwei minuten 1 58 1 58 aber die 200.000 leider nicht geschafft 190.000 oder so haben wir 190.000 10.000 haben nur gefehlt ach miss ey meine fraisen ist das schwer was haben wir denn hier zehnmal gestorben gibt fünf diamanten der prima damit schon wieder drin war die wir eben ausgegeben haben super ja 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 mein gott okay okay haben wir irgendwas noch nicht ganz können wir probieren einfach mal das hier nochmal brauchen wir hier 200.000 okay kommen wir probieren es mal wir haben jetzt hier das neue surfbrett vielleicht können wir das ältere level jetzt mit dem neuen equipment schaffen 200.000 punkte auf dieser blöden baumstrecke hier ist nicht so dass die jetzt leichter wäre nur weil ich eben schon bei den pyramiden war aber schwer ist es hier trotzdem und zwar super schwer wir brauchen wir dürfen nicht sterben so einfach und doch so schwer ist es damit wir die kombo aufrechterhalten und entsprechend mehr punkte kriegen sprich die 200.000 schaffen dafür brauchen wir die kombo jetzt bei 39 steht ja da unten das müssen wir aufrecht halten indem wir nicht sterben hier mal zwei das ist gut das hilft uns das nicht ich sehe nix ich sehe nix ich sehe nix ja prima prima klasse blöd wenn man nichts sieht die kombo geht auch wieder von vorne los na super das heißt es war relativ umsonst was wir gemacht haben und aber komm nicht aufgeben nicht aufgeben hindernis wir sind ausgewichen was sagt ihr jetzt viele viele münzen für mich münzen münzen bling 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 was ist das das was was gut ist ja unverwundbar boom hindernis weggeräumt sehr gut mit unverwundbarkeit läuft es münzen 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 ja ich sehe schon wir haben jetzt 90.000 war das wird nix die kombo ist zu früh gebrochen leider und ich verpasse halt auch ziemlich viele muss man sagen hier die ganze reihe verpasst und das war es schon naja ein witz hälfte gerade mal die hälfte leute so ein witz ist das doch ein witz man darf echt nicht sterben das schafft man es nicht ne ok aber egal wir machen weiter weiter geht's also im nächsten part freundin wenn es euch gefallen hat lasst mir doch einen daumen nach schreibt mir einen kommentar und abonniert den kanal also zu sehen und wieder am nächsten part bis dann wünsche ich euch noch das Beste macht's gut Leute und ciao das ist ja 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 das ist ja